Der TX-225G ARV Angriffspanzer, oder auch einfach nur Besatzer genannt, war ein vom Galaktischen Imperium produzierter Bodenangriffspanzer, welcher von einem Commander und zwei Piloten gesteuert wurde. Der Panzer hatte sehr gute Manövrierfähigkeiten auf engstem Raum, so wie z.B. in besetzten Städten. Die Laserkanonen konnten feindliche Truppen aus dem Weg räumen und dank dem leistungsstarken Motor auch schwere Frachten transportieren. Der Aufbau des TX-225 war relativ simpel. Der hintere Teil des Panzers war eine einfache Ladefläche, welche die geladenen Container mittels Magnetkraft festhielt. Der Panzer war frontschwer und von hinten betrachtet weit weniger gefährlich, da die drei mittelschweren Doppellaserkanonen standardmäßig nach vorne gerichtet waren und sich nur die beiden seitlich montierten Geschütze drehen konnten. Das stellte einen taktischen Nachteil. Die Crew eines TX-225 bestand standardmäßig aus einem Piloten, der den Kampfpanzer manövrierte, einem Schützen, der die Waffensysteme auf Befehl ausrichtete und betätigte und einem Kommandanten, der das Geschehen von seinem hohen Posten immer genau im Auge behielt und Befehle an den Piloten und den Schützen gab. die Crew eines TX-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-325-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-325-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-225-325-225-225-225 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Mit einer UVP von 40 Euro, 385 Teilen und drei Minifiguren. Jetzt gibt es aber nicht diese drei Minifiguren dazu, sondern nur die zwei Imperial Harbor Tank Piloten und eigentlich dann so eine Chin-Way, den Asiaten da. Ja, genau. Ich habe das Set allerdings gebraucht, auf Ebay gekauft und da gab es halt diese Zimmel-Figur nicht, deswegen habe ich dann obendrauf noch so einen dritten Pilot bekommen. Finde ich persönlich besser, weil mich interessieren jetzt die Charaktere aus dem Rogue One Film jetzt nicht wirklich, deswegen war ich sehr zufrieden damit. So, auf Ebay Kleinanzeigen könnt ihr das Set für, je nachdem, was ihr sucht, sucht ihr jetzt nur den Harbor Tank selbst. Dann könnt ihr ungefähr für 25 Euro bis 30 Euro, könnt ihr da auf Ebay Kleinanzeigen dieses Set bekommen. Sucht ihr das Set komplett, dann werdet ihr Anzeige von 35 bis eben auch auf den UVP-Preis 40, 45 Euro finden. Sucht ihr das Set ganz komplett versiegelt, werdet ihr Preise von 50 bis 50 bis 60 Euro definitiv auch aufwinden. Also je nachdem, nach was ihr sucht, nach was ihr wollt, wie ihr das Set haben wollt, kommt ihr billiger davon oder halt gleich so viel wie die UVP oder sogar noch teurer. Wir schauen uns jetzt mal ein paar Funktionen mal an. Eben, wir können zum Beispiel hier diese Hauptkanonen bewegen, die sind um 360 Grad drehbar. Dann haben wir, ups, dann haben wir, hier oben haben wir dann so ein drehbares Geschütz. Dazu komme ich aber gleich. Das ist mein eigentlich so der Hauptnegativpunkt an dem Set, was ich halt, weil ich nicht verstehe, wie das gesetzt ist. Auf jeden Fall haben wir hier so ein drehbares Blastergeschütz, sagen wir mal. Kann man drehen, kann man hier hoch und runter positionieren. Dann haben wir natürlich, kann man hier vorne dann Piloten reinsetzen. Sieht auch jetzt nicht wirklich besonders aus. Sehr steril gehalten, sage ich mal. Dann kann man natürlich dann hier oben auch noch die Klappe öffnen. Das sind schon mal die zwei Luken, die wir öffnen können. Wir haben drehbares Geschütz und wir haben da noch hier hinten so eine, wir haben hier hinten so eine Kiste, eine Frachtkiste. Denn dieser Haratank dient ja entweder als Bodenangriffspanzer, als Bodenangrifffahrzeug oder als, ja, Lastenzug, nennt man sowas, Lasten? Halt als Transportfahrzeug, sagen wir mal einfach, Transportfahrzeug. Und dazu gibt es dann halt diese orangen Kiste, die sticht als einzige orangen Farbe wirklich sehr, sehr heraus. Natürlich, wie man eben sieht, zu dem ganzen Grauen hier. Generell vom Außen her ist alles schön einfarbig. Wir haben hier ein paar braune, tentfarbene Elemente. Allerdings unten sehen wir halt gleich schon viele, viele, viele lauter Pins, blaue Pins. Gelbe solcher Technik, Achsdinger, wie man die auch nennt. Und genau. Unten komme ich noch gleich dann dazu. So, dann haben wir noch zur nächsten Funktion, haben wir hier, sehen wir hier diese Zahnräder. Wenn wir die betätigen, dann kommen hier diese Springload Shooter dann raus. Dieser Mechanismus finde ich ganz cool. Es ist jetzt dann nicht immer so, dass man die Springload Shooter dann einzeln extra immer betätigen muss, wie sonst halt auch immer eigentlich. Hier hat man es mit einem schönen Mechanismus verbaut, der auch nicht so auffällig ist, wo man halt die Springload Shooter einfach nicht so offen sieht. Das ist ja das Wichtige halt dran. Diese Kraftkiste werden entweder zum Beispiel Waffen transportiert oder zum Beispiel, wie man in Rogue One sieht, so Kyber Kristalle, Kyber Kristalle, wie auch immer man es ausspricht. Der Overtank kann allerdings auch, zum Beispiel habe ich mal ein Bild auf Google gesehen und wäre wahrscheinlich schon realistisch, dass der Imperial Assault Overtank auch so den Kopf vom ATS, die hier einfach dann transportieren kann, zu seinem Gebeine dann, so man das dann halt alles aussetzen kann. Also ich denke, da kann der Panzer hier viele verschiedene Frachten mit transportieren, viele Tools mit Maschinen, was weiß ich. Genau, dann gucken wir mal kurz hier unten, davon habe ich halt ein kleines Video noch gemacht. Oder halt ein Foto. Was ist ein Video-Foto? Ja, keine Ahnung. Wir sehen halt hier, von außen her macht der Panzer schon einen massiven Eindruck, so als wäre es so ein Block. Allerdings, wenn man dann mal so ein bisschen runterschaut, dann die zwei Klappen, die zwei Tür- und Fensterluken, wie auch immer, öffnet, dann sehen wir halt schon, dass da gewisse Hohlräume drinnen sind. Nichtsdestotrotz ist dieses Set sehr stabil gebaut. Es hält einiges aus. Und diese zwei Dinger hier, die werden nur mit solchen Technik-Pins zusammen befestigt. Die steckt man dann einfach nur hier rein. Und dann hat man halt die coole Optik. Und dann hat man halt die coole Optik, wie, als würden da, also es sind da auch tatsächlich innen drin Kettenpanzer. Ich dachte eigentlich, der Name Hover Tank, Hover, also schwebend. Aber dem ist anscheinend nicht so Tatsacheisch. Bei, im Rogue One Film, gibt es ja eine ganz kleine Szene, wo man auch sogar die Ketten sieht unten dran. Macht das eigentlich Sinn, dann Ketten zu nehmen, statt dass es auch deshalb lieber schweben sollte? Naja. Ja gut, vielleicht die Frachten. Die sind ja schon ziemlich schwer dann. Ne, geil. Auf jeden Fall. Optisch finde ich den wirklich hübsch. Mir gefällt die Funktion, dass man verschiedene Sachen mit dem transportieren kann. Man hat halt eben diese Kiste dabei, aber es muss sich ja nicht nur auf diese eine Kiste begrenzen. Ich finde es blöd, dass es allerdings nur eine Kiste gibt, die man hier nun dran setzen kann. Man muss halt einen zweiten nochmal dazu kaufen, den man dann hier drauf setzt. Mache ich am besten gleich mal. So, jetzt habe ich mal eine zweite Kiste noch besorgt von einem zweiten, aber denkt. Und bei einem sieht es halt schon ein bisschen mager, sage ich mal, ein bisschen aus. Aber mit zwei Stück, so wie im Film auch. Ja, kommen wir jetzt mal kurz drin. Aber die werden übrigens nur mit solchen Ein-Teile-Pin befestigt. Wie meinst du das? Befestigt. Ich weiß jetzt nicht, wie die genau heißen. So tief ins technische Detail gehe ich jetzt nicht rein. Und man sieht halt mit zwei Stück, finde ich, sieht er wesentlich ansprechender aus. Sieht er auch voller aus. Der sieht da nicht so ein bisschen mehr, ein bisschen da fehlt was, weißt du? Sondern da die zweite Kiste hätte noch gefehlt, dann wäre es wirklich wahnsinnig. Also, das mache ich für mich zumindest, macht es wirklich einen riesen Unterschied aus, ob da jetzt zwei Kisten sind oder nur eine Kiste. Weil es lässt sich hier diesen Bereich, diesen mittleren Part hier schön massiv dann auch wirken. Auch wenn es ja eigentlich nur Kisten sind. Aber trotzdem, es geht ja, es geht immer nur ums Optische. Ja. Aber man kann ja auch nicht nur die Kisten hier drauf packen. Also ich mag es wirklich, es macht mir gerade wirklich Spaß, die Kisten drauf zu laden. Auf jeden Fall, man kann halt nicht nur die Kisten drauf packen, sondern man kann zum Beispiel auch Truppen draufsetzen. Dazu eignen sich auch hier diese Einer-Pins auch wunderbar. Man kann sie dann halt hier einfach mal so drehen. Wie als würden die, wie bei einem Panzer so dran sitzen. Man kann, ja, keine Ahnung, kann man hier ein paar Truppen noch draufsetzen. Den packen wir noch hier oben rein, damit er ein bisschen Ausguck hat. Keine Ahnung. Dann hast du einen Panther, da schaltet auch noch einen Panzer, der Imperialer Panzer, der seine Truppen transportiert von A nach B. Muss ja nicht nur Frachten sein. Wenn dann vielleicht nur eine Frachtung dazu, hier so zack, dann hast du das auch da, haben die ihre Waffen, weiß ich was. Nahrungs- Versorgung und so weiter. Es geht aber auch nicht nur mit Truppen. Ich finde, es geht auch mit Speeder-Bikes zum Beispiel. Ich habe mal die Figuren erst draufgelassen. Es geht zum Beispiel auch mit Speeder-Bikes, finde ich. Der ist jetzt nicht, der sitzt jetzt hier im Fest. Also sind unten diese Dinger hier dran. Man kann den auch hier so draufsetzen und kann man den auch hier so fahren lassen. Und dann im Falle eines Gefechts, zack, kommt der ja gleich raus. Oder kann man das vielleicht auch hier? Guck mal, kann es hier gleich mal machen. Hier nochmal einen zweiten, zack, Schluss. Er kann gleich mal zwei Speeder-Bikes mit transportieren. Plus, noch ein paar Truppen noch obendrauf, plus noch hier so eine Fracht. Das ist eine Maschine, sage ich. Der Panzer, der ist wirklich vielseitig. Ne, auch in der Runde ist es. Ja. Deswegen gefällt mir auch der Panzer wirklich sehr. Was ich allerdings noch anzumerken hätte, wäre hier vielleicht der Panzer, Part, der ist ein bisschen zu hoch, der ist ein bisschen zu groß. Den könnte man vielleicht, da gibt es auch bei Breakable ein paar Versionen, wo das hier ganz verkleinert worden ist. Sieht dann noch besser aus, sieht dann ein bisschen akkurat als vor zur Filmversion aus. Aber ja, das ist jetzt, sag ich mal, mehr kann auch hohem Niveau, das passt schon so. Was ich aber allerdings überhaupt gar nicht verstehe, ist halt dieser Part hier oben, dieser Plaster. Weil eigentlich sitzt ja der Kommandant, ist er ja eigentlich hier oben in der Luke, sagt man mal in der Öffnung, sitzt er hier oben drauf oder steht er hier oben drauf. Und dann müsste ja eigentlich dieser Plaster, müsste eigentlich dann hier vorne draufstehen. Vielleicht ist ja auch deswegen hier diese eine Pin drauf, damit man das halt so realisieren kann, oder? Vielleicht habe ich das gerade herausgefunden. Ja, doch, oder? Ja gut, aber das Blöde ist halt, der Plaster guckt dann halt noch so nach vorne oben raus. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich verstehe es nicht, warum es hier an der Seite, hier rechts ist, obwohl der Kommandant eigentlich hier sitzt. Da kommt ja gar nicht mal wirklich, da kommt ja gar nicht mal wirklich hier ran. Und mit dem letzten Negativpunkt bin ich eigentlich fertig mit dem. Wie gesagt, mir gefällt er wirklich sehr. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem. Deswegen habe ich auch zwei davon. Und, ja, die Harvating Piloten, die sind wirklich sehr, 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 sehr teuer auf Ebay. Da könnt ihr, da muss man echt 10 Euro blechen, 10,5 Euro blechen, um so einen zu bekommen. Das war es dann mit dem Review. Dankeschön fürs Zuschauen. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Gebt auch gerne einen Kommentar ab, wie euch der Panzer gefällt. Ob ihr den vielleicht auch habt, ob ihr da ein paar Modifikationen damit gemacht habt. Wenn ja, teilt sie gerne. Schaut gerne bei den anderen Videos vorbei. Letztes Mal habe ich den Panzer Abrams von Kobi gereviewt. Gereviewt, ja. Deutsch, Englisch. Gereviewt und davor habe ich dann noch die Slave of One auch noch von Boba Fett gezeigt. Nächste Woche wird es dann den Leopard Leopard 2 A5 von Kobi geben. Da bin ich mal gespannt, wie es da mit den Kettengliedern funktioniert. Ob die da auch wirklich, ob die da auch so stocken, irgendwie bei dem, bei dem Abrams, wo ich habe, worauf die da so laufen, wie sie eigentlich laufen sollen. Aber ich habe schon gelesen, ich habe schon geschaut und gelesen, dass da ein paar Qualitätsmangel bei Kobi dann anscheinend waren, dass die Reder halt ein bisschen zu fest dran hängen und sich deswegen halt nicht drehen. Und das machen sie auch bei dem Abrams von mir. Drehen sich da auch nicht wirklich. Wahrscheinlich deswegen. Oder sicher deswegen. Schade eigentlich, aber ja, egal. Zwischenzeitlich eigentlich, da jetzt dann heute Vatertag ist und ich sehr viel Zeit dann gerade habe, wird dann einfach mal zwischenzeitlich dann zwischen dem jetzt und dem von Leopard 2 wird dann mittendrin, ich hoffe, es ist jetzt so verständlich, wird dann mittendrin nochmal ein weiteres Review-Video vom ATS-Team bekommen, 751, 153, auch gebraucht gekauft. und ja, das denke ich, werde ich hinbekommen. Wenn nicht, dann wird es halt irgendwann mal nochmal A-O-Kreis zwischen dem reinkommen. Lange Rede, kurzer Sinn wie immer. Ich bedanke mich für das Zuschauen nochmal. Abonniert gerne den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, ja, schaut euch den mal an. Vielleicht wollt ihr den auch. Kauft ihn euch. Also, ich gebe meine Empfehlung dafür. Ich finde den wirklich gut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und einen schönen Vatertag natürlich an euch allen Vätern. Nicht, dass ich noch vergesse. Ja, sauft chill. Lasst es euch gut gange. Und dann sagen wir mal Ade, oder? Du weln? You'll never wait for me. You'll never wait for me.